Ich grüße die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Green Tunes Festivals in diesem Jahr. Green Tunes zeigt, dass eine vegane oder vegetarische Ernährung alles andere als was mit Verzicht zu tun haben muss. Ganz im Gegenteil, es kann sogar Spaß machen, sich einerseits gesund zu ernähren, also was für den eigenen Körper, für das eigene Wohlbefinden zu tun, dabei den Tierschutz zu berücksichtigen, sich für globale Gerechtigkeit einzusetzen und noch gegen den Klimawandel zu kämpfen. Das alles zusammen kann man machen bei Green Tunes und man kann es machen, indem man auf die eigene Ernährung achtet.